Wenn Sie anlegen wollen, ist es wichtig, dass Sie folgende Punkte berücksichtigen. Stellen Sie sich zuerst selber die Frage, wie risikofähig sind Sie und wie risikobereit sind Sie. Im momentanen aktuellen Zinsumfeld gibt es ohne Risiko keine Rendite. Dienen Sie die verschiedenen Anlageklassen breit diversifizieren, das hilft Ihnen bei negativ tendierenden Märkten. Für Fragen steht Ihnen die Reifisenbank Möli mit der Geschäftsstelle in Reinfelden, Wallbach und Mumpf jederzeit gern zur Verfügung.